Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 9. Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 10. Ja, das war das 4 zu 9. Torschütze spielen mit der Nummer 5. Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 10. Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 10. Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 10. Ja, erst mal das 5 zu 10, Max Volkroft, das 5 zu 10. Ja, das war der dritte Treffer von Jan Hensen, Spielstand 3 zu 10. Das war das 5 zu 2 mit der Nummer 14, Marco. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 zu 3 mit der Nummer 14. Das war das 5 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 mit der Nummer 14. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.